Ich bin Prinz Adam von Greasekull. Ich kämpfe für das Gute. Bei der Macht Eternias! Ich Riemen habe die Macht! Ich bin in die Zukunft gekommen, um den Letzten der Menschheit beim Kampf gegen das Böse zu helfen. Mein schlimmster Feind, Skeletor, ist mir gefolgt. Hier in der Zukunft hat er neue mächtige Verbündete gefunden. Mit ihnen setzt er seinen ewigen Kampf gegen das Gute fort. Auch ich habe auf dem Planeten Primus neue Freunde und eine Familie gefunden. Zusammen mit der Kraft der Magie und der Macht des Guten kämpfen wir gegen die Armeen der Dunkelheit. Das Gute gegen das Böse. Der Kampf geht weiter. Hungrig nach der Macht über das Trisolar-System bedienen sich Skeletor und Flock neuer Niederträchtigkeiten. Aber He-Man ist nicht zu besiegen. Zusammen mit den galaktischen Wächtern reist er zum Planeten Rintor, um bei den Spielen gegen Skeletor anzutreten. He-Man erweist sich als siegreich. Aber Skeletor ist noch nicht am Ende. Wird er mit einem Angriff auf Eternia seine Rache suchen? Wir haben alles getan, was zu tun war. Die Spiele gewonnen und die Mutanten besiegen. Aber nun lasst uns endlich nach Primus zurückkehren. Denn wenn wir fort sind, wird Flock versuchen, unseren Planeten anzugreifen. Wir verstehen. Und so wünschen wir euch, wie ihr sagen würdet, gute Reise, ja? Wisst ihr, eigentlich sind sie gar keine so schlechten Kerle. Sie haben uns ja nur angegriffen und uns mit Waffengewalt gezwungen, einmal quer durchs Universum zu reisen. Von den beiden lebensgefährlichen Schlachten mit dem Mutanten einmal ganz abgesehen. Das Wichtigste ist jetzt, Master Sebrian zu benachrichtigen, dass wir alle gesund sind. Was geht hier vor? Wieder ein Mutantentrick? Mal ehrlich, das glaub ich nicht. Riker? Morden! Ich fürchte, ihr werdet für lange, lange Zeit nirgendwo hingehen. Wir haben die Spiele fair gewonnen. Ihr habt versprochen, dass... Die Spiele, die den Goldenen Ring finden, die Spiele gewonnen haben. Zu eurer Belohnung werdet ihr für immer hierbleiben. Zur Belohnung? Was soll denn das nun wieder heißen? Die Idee ist... Ein Zoo der Sieger. Unser Zoo war voll mit einer Sammlung der größten Krieger des Universums. Aber Skeletor hat sie freigelassen. Sie sind geflohen mit ihren Raumschiffen aus dem Museum. Nun müssen wir wieder von vorne anfangen und ihr seid unsere ersten Exemplare. Das ist sinnlos. Erinnert ihr euch, wie sie unsere Waffen unbrauchbar gemacht haben, als wir auf den Nebrier waren? Du hast völlig recht, He-Man. Man sperrt keine Menschen in Käfige! Wir werden lange brauchen, um den Zoo wieder aufzubauen. Ich habe genug gehört, Huf. Den Planeten zu überwachen, hat sich bezahlt gemacht. Die galaktischen Wächter werden gefangen gehalten. Wenn Primus nicht von He-Man beschützt wird, ergibt sich für uns eine einmalige Gelegenheit. Solange He-Man noch lebt, werden wir in Gefahr sein. Willst du etwa zurückfliegen, die galaktischen Wächter angreifen und als ihre Zellengenossen enden, Gefatter? Ich persönlich bin aber gegen diese Idee. Ich bin es leid, mir anzuhören, was du meinst, Skeletor. Jedes Mal, wenn ich deinem Radfolge, lande ich im Schlamassel. Sogar Slushet fängt schon an zu denken, ich bin ein Idiot. Oh, ich würde nicht sagen ein Idiot. Vielleicht ein Schwachkopf oder ein Trottel oder... Halt's Maul, Slushet! Oh, du verstehst mich falsch, Floggy. He-Man wird einen Weg finden, aus diesem Zoo auszubrechen, nur um sein geliebtes Primus zu retten. Aber er wird zu spät kommen. Das Einzige, was er finden wird, ist der liebe Skeletor, der auf ihn wartet. Optik, nimm Kurs auf Primus! Jawohl! Huf, nimm Verbindung zum Mond Nordur auf. Lass alle Mutantenflieger sofort aufsteigen. Wir werden uns mit ihnen auf dem Weg nach Primus treffen. Quake, lass alle Kampfmaschinen an Bord einsatzbereit machen. Das wird ein herrlicher Totalangriff auf dem Planeten, Primus. Wach auf, Spin-Wid! Es gibt Essen! Dieser Bursche verschläft aber auch alles. Ich muss meine Kräfte aufsparen für den Moment, wo wir hier ausbrechen. Wenn es dir gelingt, die hier wieder funktionsfähig zu machen, lass es mich wissen. Die sind nicht mal das Transium-Erz wert, das da drin ist. Das ist es. Hä? Was ist es? Ich versuche einen Weg hier rauszufinden und du kommst so ganz nebenbei drauf. Tja, was soll ich dazu sagen? So bin ich eben. Wenn unsere Waffen auch nicht funktionieren, aber Transium-Erz ist immer noch Transium-Erz. Wir können uns mit dem Erz den Weg nach draußen freisprengen. Nehmt die Erzkammern aus euren Handläsern. Also, welches ist die schwächste Stelle der Zelle? Genau da drüben. Der Schlitz, durch den unser Essen kommt. Hm, das würde ich auch sagen. Nur eine Frage. Wenn unsere Waffen unbrauchbar sind, wie bringen wir das Transium-Erz zum Explodieren? Na, das mache ich mit meinem Schwert. Jetzt geht zurück. Alle miteinander. Bei der Macht, Eternas. Ich schieben habe die Macht! Es ist nicht groß genug. Da passen wir nicht durch. So sollte es gehen. Ich bin draußen! Angeber. Da haben sie wirklich gute Arbeit geleistet. Das Schiff wird nie wieder fliegen. Das wollen wir doch mal sehen. Royker und Morgan würden niemals etwas zerstören, das sie für ihr Weltraummuseum haben wollen. Ihr erinnert euch, sie haben die Macht, uns Dinge sehen zu lassen, die gar nicht existieren. Ich wette, dass das Schiff in Ordnung ist. Und das, was wir sehen, ist nur eine Täuschung. Weg der Magie. Zeig mir die Wahrheit. Genau wie ich es mir gedacht habe. Das Schiff ist vollkommen in Ordnung. Also, ihr verlasst uns. Tja, Royker, wir hatten einfach genug von all dem... Ja, ihr habt recht. Wir hätten euch nicht einsperren dürfen. Tut uns leid. Wir sind einfach einsam und... Und freiwillig würde niemals einer bleiben. Warum nicht, Royker? Ihr habt doch einen sehr hübschen Planeten. Ihr müsst versuchen, gute Freunde zu finden, die euch dann auch sicher besuchen kommen. Glaubst du das wirklich? Wir werden es versuchen. Wir lassen euch gehen, damit ihr euren Planeten retten könnt. Was meinst du mit unseren Planeten retten? Ihr habt Skeletor richtig eingeschätzt. Er und die Mutanten planen einen gewaltigen Überfall auf Primus. Unser Radarschirm zeigt eine riesige Flotte, die sich Primus nähert. Dann haben wir keine Zeit zu verlieren. Wir kehren zurück, um unseren Planeten zu verteidigen. Hol mir BH auf den Bildschirm. Verlasst euch drauf. Wir werden uns jeden Augenblick mit euch treffen. Die gesamte Mutantenraumflotte ist bei mir. Und Kreta ist mit den Gleanons auf dem Weg. Ausgezeichnet, BH. Wir teilen unsere Streitkräfte auf und greifen jedes Loch im Schutzschirm von Primus an. Ohne ihren furchtlosen Anführer werden diese mickrigen Wächter niemals in der Lage sein, uns aufzuhalten. Hahaha. Ich melde, wir haben jedes verfügbare Astrosupp am Himmel-Visa. Sie nähern sich den Koordinaten 24, 31. Melde, das Mutterschiff ist durch den Schutzschirm gedrungen. Mara ist mit kampfliegender Malz auf dem Weg hierher. Aber es könnte leider schon zu spät sein, Freunde. Wir haben... Sie haben... Freunde, der Sieg ist unser! Levitan ist gefallen. Mutantenkampfflieger sind auf dem Weg, Seroths anzugreifen. Von der Oase wird berichtet, dass Mutanten und Gleanons gelandet sind. Die Oase wird angegriffen. Die Dorfbewohner sind nicht in der Lage, die Invasoren aufzuhalten. Sie überrennen unsere Stellung. Wenn wir sie nicht aufhalten, wird Ihnen die Oase in die Hände fallen. Elftes Geschwader begebt euch in frankierende Position. Der Kampf ist fast... Mara! Du hast also beschlossen, an unserer kleinen Party teilzunehmen. Prima! Kreter an Flog! Kreter an Flog! Mara greift unsere Stellung mit einem Geschwader von Maidkampffliegern an. Wir brauchen sofort Luftunterstützung! Es ist Mara! Ich wusste, dass sie zu uns durchkommen würde! Wir müssen die Gleanons unbedingt aufhalten! Es sind zu viele von ihnen! Ich bin getroffen! Ich muss landen! Vorwärts! Vorwärts! Vernichtet diese Bauern! Es sind viele! Wir müssen zurück! Die Freunde! Es ist hoffnungslos! Mara und die Maids waren unsere allerletzte Chance! Es ist aus! Die Oase ist mein! Jede Sekunde zählt, Flipshot! Drück auf die Tube! Hol alles aus der Kiste raus! Wir haben keine Zeit mehr! Wir müssen helfen, Primus zu retten! Geduld, He-Man! Geduld, He-Man! Deine Zeit wird kommen! Zauberin! Dein Schicksal wird sich erfüllen! Dann kann Primus noch gerettet werden? Es ist eine Bestimmung zu kämpfen, He-Man! Aber ob du gewinnst oder nicht, liegt in deiner Hand! Euer Planet gehört uns! Was noch von den Streitkräften von Primus übrig ist, ist eingekesselt! Wir haben die Kontrolle über den Luftraum! Wenn ihr euch nicht ergebt, werden wir den Rest von Primus auch zerstören! Wir haben das Sternenschiff Eternia auf dem Radarschirm ausgemacht! He-Man! Nun, es wird auch Zeit! He-Man wird Primus retten! Er wird nicht mehr in der Verfassung sein, irgendwas zu retten, wenn ich mit ihm fertig bin! Ah, He-Man! He-Man! Werde ich den denn niemals loswerden! Zurück zum Mutterschiff! Das Sternenschiff Eternia greift an! Wir müssen verhindern, dass sie ihr Mutterschiff in die Luft bekommen, Hydra! Oh! Vorwärts, meine Freunde! Gegen die Klinons! Ja! Flock! Sie kommen alle auf uns zu! Du meine Güte, was sollen wir denn tun? Dumme Frage! Wir kämpfen bis zum Ende! Aber ich will nicht bis zum Ende kämpfen, dann ist ja alles zu Ende! Hör zu, du nichtsnutziger Schwabbelkopf! Wenn ich sage, wir werden bis zum Ende kämpfen, dann werden wir! Oh, andererseits ist es sicher gesünder, sich zu ergeben! Wir haben den Kampf verloren! Ja, wir haben ihn verloren! Ihr habt uns geschlagen! Ja, genau so ist es, ohne jeden Zweifel! Heute kapitulieren die Mutantenstreitkräfte vor... Ja, ein ziemlich trauriger Tag, wenn mich jemand fragen sollte! Sasche! Halt den Mund! Wir erklären uns mit den Bedingungen des Vertrages, der an den Galaktischen Rat gesandt wurde, einverstanden! Mutanten und galaktische Wächter werden sich nicht mehr bekämpfen! Unsere Kapitulation ist vollständig und... Kapitulation! Kapitulation! Oh, Nerflock! Hast du wirklich gedacht, dass ich die ganze Reise von Eternia gemacht habe, nur um mich zu ergeben? Nööö! Ich habe deine albernen Kämpfe gekämpft! Habe dir erlaubt, mich herumzukommandieren! Habe mich mit deiner Dummheit abgefunden und jetzt das? Geh, du Feigling! Von nun an ist das ganz allein mein Kampf! Du hast mich ruiniert, Skeletor! Jetzt musst du bezahlen! Ja! 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 Du hast dich entschieden, Kreta! Geh zusammen mit Skeletor unter! Wir lassen die Mutanten doch nicht einfach gehen, oder? Flipshot, wir kämpfen nicht länger gegen sie. Sie haben sich ergeben. Ganz recht, großer Meister! Nur du und ich! Dieser Ort kommt mir bekannt vor. Es sind die Ruinen nahe der Oase. Willkommen an deiner letzten Ruhestätte, He-Man! Mit dir werde ich allein fertig! Das ist deine letzte Schlacht! Skeletor! Wenn ich dich erstmal los bin, Mara, wird dein Planet mir gehören! Ich kröne euch, König Skeletor und Königin Kreta, Herrscher des Nichts! Erfreut euch eures Thrones! Und jetzt ab in euer Königreich! Ach! Nein! Das ist der endgültige Sieg des Guten. Aber Skeletor hat die Macht zurückzukehren, wenn er... Ohne seinen Stab wird ihn die Kraft der Magie in seinem Schiff eingeschlossen halten. Es ist vorbei, Mara! Also ist der Tag endlich gekommen. Primus ist von keiner Gefahr mehr bedroht. Jetzt sind wir alle sicher. Unser langer Krieg gegen die Mutanten ist gewonnen. Freunde, jetzt bin ich zufrieden. Mein Schicksal hat sich erfüllt. Alle für alle! Und einer für alle! Ist das unser Ende? Müssen wir für immer durch die Leere des Raums reisen? Es stimmt nicht für immer, Kreta. Ich komme zurück zu dir, He-Man. Ich schwöre, ich werde zurückkommen! Flipshot, was ist los? Ach, nichts! Flipshot, wir sind deine Freunde, mach uns nichts vor! Ich habe gerade erfahren, wie viel es kostet, meinen Bola-Jet zu reparieren. Ich bin fix und fertig, ich weiß nicht, was ich machen soll. Wir werden dir helfen, wir halten zu dir. Danke! Wenn du niedergeschlagen bist, vertrau dich deinen Freunden an, aber nimm keine Drogen. Sie helfen dir nicht, sondern vergrößern dein Problem. Sag zu allen Drogen nein, das wird für dich das Beste sein. Drogen nein, das wird für dich das Beste sein. Drogen nein, das wird für dich das Beste sein. Drogen nein, das wird für dich das Beste sein. Vielleicht ohne die Situation gibt, lass uns nachgehen.